Ich wurde gerade gefragt in den Privatnachrichten hier auf TikTok, ob das normal ist, ob man sich in unserem Alter so um die 40 oftmals trennt von seinem Partnerin. Und ich kann es nur bestätigen, viele Leute, die mit Anfang 20 zusammengekommen sind, sind jetzt ungefähr schon 20 Jahre oder 15 Jahre zusammen und haben sich in der Zeit eben weiterentwickelt, sich persönlich weiterentwickelt oder vollkommen auseinandergelebt. Das heißt, die Frauen sind für die Kinder da gewesen, für den Haushalt, arbeiten vielleicht halbtags wieder, die Männer sind ihrem Beruf nachgegangen. Und wenn man da nicht in der Kommunikation bleibt, nicht in der Intimität, die man so am Anfang einer Beziehung hatte, nicht im Paar sein, dann kann es wirklich sein, dass du die Verbindung zum Partner verlierst und es dann schlussendlich zu einer Trennung kommt. Meistens passiert es dann auch, dass der ein oder andere fremdgeht und dies wird dann zum Anlass genommen, sich zu trennen. Wobei ich sagen muss, fremdgehen kann auch eine Chance sein. Wenn man genauer hinschaut, warum hat man den Wunsch, fremdzugehen, warum ist man fremdgegangen, was fehlt einem in der Beziehung und dass man an diesem Thema arbeitet. Gerne eben auch mit Paartherapeuten, denn es ist vollkommen egal, mit wem du letztendlich zusammen bist. Früher oder später wirst du genau an den gleichen Punkt kommen und die gleichen Themen mit deinem neuen Partner oder Partnerin haben. Lass einfach mal so meine Worte dir durch den Kopf gehen und schreib mir mal deine Gedanken dazu in die Kommentare. Es würde mich sehr interessieren, wie du darüber denkst, ob zum Beispiel Fremdgehen auch eine Option sein kann, um etwas an der Beziehung zu retten oder ob es der absolute Killer ist. Ich bin gespannt. Liebe Grüße.